Leute, bevor es so richtig losgeht mit dem Video, ich werde heute mit dem Snoop Dogg-Skin und so spielen. Es kam jetzt direkt ein neuer Trailer zu diesem Godzilla vs. Kong-Event raus, den müssen wir uns reinziehen. Operation Monarch, Official Teaser, Leute. Und das kommt am 11. Mai raus. Bin so gespannt, hab's grad nur auf Twitter gesehen. Das hier ist Caldera, unsere Lieblingsmap, da oben ist Peak. Und bisher war ja noch gar nicht bekannt, ob Kong jetzt auch wirklich reinkommt und so, und jetzt ist es einfach endlich draußen, der Trailer. Der ist so episch gemacht. Welches Team seid ihr? Team Godzilla oder Team Kong? Schaltet mal rein. Oh, da kommt er aus dem Wasser. Ich für meinen Teil bin schon eher Team Godzilla, was ich sage. Und weil es halt einfach ein verdammter Dinosaurier ist und so krass aussieht. Und Kong hat doch keine Chance gegen den. Ist einfach zu krass. Ich bin so gespannt, was die da für ein Event draus machen, Leute. Alter, jetzt springt er da von der... Er ist schon so episch gemacht, ne? Godzilla vs. Kong am 11. Mai, man. Ja, was sagt ihr zum Trailer? Jetzt geht direkt das Video los, Leute. Mich hypt schon rein, auch wenn ich nicht weiß, wie das Event natürlich wird, ob wir so einen extra Modus dafür bekommen. Werden wir sehen. Los geht's. Viel Spaß. Ja, Leute. Willkommen zu einem neuen Video heute mit der Snoop Dogg Operator Variante. Oh, heute wird erstmal richtig einer durchgefiffen. Ja, ich weiß auch nicht, was sie da wieder geritten hat. Also Snoop Dogg gab es ja schon mal in COD. Jetzt gibt es dieses Battle hier im Store. Wenn ihr euch nächste Woche Season 3 die Battle Pass holt oder auch generell Skins, ihr könnt immer gerne meinen Creator Code eingeben. Am besten in Großbuchstaben. Unterstützt mich dabei extrem. Gebe ich mal meine letzten Punkte aus. Das ist so bescheuert, man. Das 3D-Liniengewehr soll das hier sein. Schön mit so, ähm, ja, Grasblättern, sag ich mal. Dann interessant aber die Cooper. Alles mit grünem Gras-Leuchtspurfeuer. Und dazu noch diese schöne MP40. Ha, die bockt auch, ne? Und mein Partner Level Up hat jetzt die Hydration Drinks nochmal aufgestockt mit der Nuke Edition. Ist alles ohne Koffein und Vitaminen zugesetzt, damit man den Koffeinkonsum auch mal ein bisschen in Grenzen halten kann. Code Aim Road 15% immer noch aktuell. Bekommt ihr fast dauerhaft. Let's go. Auf geht's, Leute. Viel Spaß. Bitte Video. Ach was, es gibt sogar eine Cutscene dafür. Ah, geil gemacht. Machen wir mal hier lieber ein paar Sch... Was? Da fliegen einfach so Blätter rum, ne? Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Oh, Gottes Willen. Den krieg ich auch noch. Oh, Gottes Willen, Schnellfeuer. Wir schauen uns das einmal kurz an. Warte mal. Also, Rückstoß. Maximal nicht vorhanden. Äh, was hat er gerade mit mir gemacht, Alter? Ach, Leute. Ich freue mich wieder hier zu sein. Einfach mal wieder eine entspannte Runde mit euch zu spielen. Ach, Caldera im letzten Video, habt ihr ja auch mitbekommen, war jetzt nicht so ganz mein Favorit. Also, hat mir doch Rebirth dann doch mehr Spaß gemacht. Geht gut los einmal. Bruder, we made it. Oder auch nicht. Ich schätze mal, ihr habt das auch mitbekommen, äh, dass jetzt so Teaser kam, was das Godzilla-Event angeht. Zack. Ich hätte ehrlich gesagt Bock einfach chillig rein. Kann man sich die angucken. Also, für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben, ich habe meinen Balkon jetzt so halbwegs fertig, äh, Pflanzen um und eingetopft und so weiter. Ich habe so früh gedrückt, ich schwöre es euch. Ich habe, also, das war wieder ein Fehler des Systems. Wir überleben das hier. Wir leben ja. Alles gut. Oh, Gottes Willen, habe ich mich erschrocken. Ja, Alter, jetzt muss ich auch... Oh, die Tryhards sich hier schon wieder wie... Da, guck dir den an. Oh, äh... Trick 17, pass mal auf. Die guckt jetzt runter. Ach, schade, ich dachte, der wäre hier. Da ist er ja. Oh, anderer, ne? One-Shot? Habe ich gleich, habe ich gleich. Habe ich, habe ich. Keine Sorge. Wir testen mal direkt den Finisher. Da ist er nämlich. Wollte er tun, aber macht er nicht. Eieiei, das war eine knappe Sache. Okay, ich bin wieder drin. Ich habe heute die... Hier ist halt was los, ne? Nehmen wir uns den schon mal. Schnabuliert. Wo kommt der nächste? Oh, die nehme ich. Der war hier drin im Bunker. Beste Waffe. Ich mache auf jeden Fall... Uh. Oh, 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 viele. Ich sage mal, so gleich kommt ja meine Low-Dot-Lieferung. Das wollten wir ja ursprünglich auch erreichen. Und hier mal rein. Und lasst uns mal wieder spannend sein. Überraschung! Ne? Hier, das sind die... Mach ich nochmal, mach ich nochmal. Pass auf. Er fällt nicht. Nein! Das gibt es ja nicht. Hat er nicht... Warte! Schieß doch mal! Geiles Ding. Heil mich jetzt mal kurz, bitte. Wo ist die Heilung? Die ich brauche. Gegenüber ist auch noch einer. Und hier habe ich eine Waffe. Keine gute. Okay. Leute, das wird die Runde. Oh mein Gott. So. Ich wollte gerade sagen, Leute, sorry, heute schon wieder vom Gefühl her einfach zu verpeilt. Aber vielleicht kriegen wir auch was Geiles hin. Ne? Hier, wer das noch nicht wusste. Hier geht... Oh. Wir machen hier richtig die Godzilla-Fackeln an. Ich freue mich schon drauf. Also irgendwie mal endlich wieder ein bisschen was Neues. So für ein, zwei Tage. Hm. Wo? Ach, der war über mir. Und ja, die Wohnung und so nimmt halt alles ein bisschen mehr Form an, so langsam. Man ist ja nie fertig. Alle, die schon ein- und umgezogen sind, kennen das Gefühl. Höh! Ja, nächstes Mal noch mal ein bisschen länger durchhalten, Snoop Dogg. Du kommst hier aber auch nicht zum Ring, ne? Das ist immer so Schlag auf Schlag. So. Nummer eins. Hier oben war noch einer. Wir gehen jetzt auch auf geile Kills. Ich habe Bock. Hier waren noch viele Gegner. Und der nächste kommt zugleich. Nice. Darum landet wieder einer. Rebirth kannst du halt schon geile Kills fahren, wenn du willst. Ich frage mich halt immer so, auf was fokussiere ich mich jetzt? Will ich jetzt hier auf fett viele Kills und Bums gehen? Oder will ich hier auch mal ein bisschen erzählen und reden? Nee, lass mal. Das ist ja wirklich, also... Da kommt er. Da kommt er, aber nee. Haust er rein. Das war echt wichtig, dass ich den bekommen habe. Jetzt ist mein Timer runter und wir können die Runde sowas von gewinnen. So, klasse. Und rein. Komm. Einmal Glück im Leben. Glück im Leben. Ich sehe nicht, aber geschafft. Yo. Da kommt was, oder? Ja. Ja. Das Gute ist, ich darf aber nochmal hier los. Hey, ich bin nur noch in der Luft. Was zum Henker? Das darf gar nicht passieren eigentlich. Kreck. Ey, ich fasse es nicht, was für Leute ich hier habe im Gegnerteam. Er hat sogar meine Waffe genommen. Er war so One-Shot. Gib mir einen Headshot. Also heute sind es so die andersknackigen Lobbys, dass ich gar nicht irgendwie mal ein Wort voneinander kriege von Mund hier. Also gechillt spielen, wie das Thema des Videos ja eigentlich zu vermuten lässt, können wir hier weniger. Haltet die Ohren offen. Und die Augen steif, wa? Ja, so macht man eng. So. Jetzt geht's ab. Ich spüre es, das wird noch ein ganz wildes Video, wenn wir hier einfach ein bisschen dran am Ball bleiben. Ich muss sagen, ich vermisse Tobias ja jetzt schon. Wird im nächsten Video sehr wahrscheinlich wieder gezückt. Und was sehe ich hier schon wieder für ein Bienchen? Immer diese Skins. Da müssen wir doch eigentlich mal direkt hinterher. Ich will in dieses Fenster. Oh. Das war ja mehr als optimal. Kommen sie her. Haben wir hier. Geholt. Ach du heilige. Warte mal, warte mal. Der andere hat mich nicht gesehen. Glaube ich. Ich hätte ja gar nichts gerafft. Warte, das ist wieder. Herr Lost. Der hat ja komplett den Dämonen aus sich rausgelassen. Ach du heilige Mann. Also da. Besser kann die Antwort gar nicht sein von ihm. Da hoffe ich mir jetzt eine geile Runde. Mit dem lieben Snoop Dogg hier. Ich distanziere mich trotzdem von der Thematik. Also lass die Finger weg von den Drogen. Mache ich auch. Und jetzt. Da bin ich wieder. Nein, ich drück doch. Ich hab doch gedrückt. Ach hier ist schon wieder die Kommentare. Einfach lost und so. Manchmal passiert das halt. Ja und sonst die Woche. Wie lief's dir bei euch? Also bei mir war sehr viel Bürokratriekram mit am Start. Hat gar keinen Spaß gemacht. Hat mich auch sehr abgenervt. So wie er. Passt mal auf. Das kann wirklich nicht sein. Wie passiert mir sowas immer? Wie? Und ja, dann hab ich mir die ganzen Teaser-Trailer von Call of Duty angeguckt. Zu diesem Godzilla-Event Season 3 und so. Und war jetzt erstmal recht positiv überrascht. Also wüsste ich jetzt nicht in welcher Welt. Ist mir jetzt auch egal, ob ich hier kassiere. Also das muss jetzt sein. Zack. Genau. Der Snoop Dogg hier macht ja sogar Callouts, ne? Hab ich gerade das mitbekommen. Obwohl ich auf Deutsch gestellt hab, macht der Englische. Da ist er auch. Hab ich. Der hat aber genommen, ne? Da. Tada, tada, tada. Die Fransen führen uns jetzt. Den haben wir. Guck dir den an. Lappen. Nasse Hände. Hab ich und kann ich. Wunderbar. Der war halt noch geschützt gewesen. Und jetzt lässt du mich in Ruhe gewesen. Also. Wo ist der denn? Der ist hier. Den hab ich. Wo ist hier noch was? Ich seh's nicht. DP. Und ab in Schnee. Da ist er. Hab ich einfach. Ist hier noch mehr? Das ist mir gerade schon wieder ein bisschen zu hektisch alles. Ich hätte ganz gerne mal meine. Meine Waps. Wo ist der? Nein. Oh Mann. Snoop Dogg mit Wurfmesser. Das ist ja für uns hier alle gar kein Problem, einmal kurz sich hier die Sachen wiederzuholen. Warte. Hallo. Hä? Dieses Visier soll mir mal einer erklären. Das ist ja so kacke. Wieso haben die das so gebaut? Irgendwo da hockt jetzt einer und ich kann ihn nicht erkennen. Da, da, da. Hab ihn. Ey, das Visier ist so kacke. Gut, dass ich den Flick irgendwie geschafft hab. So, jetzt hier fix mal. Mit Profis. Hier landet, hier landet. Ich sollte kurz heller, äh, heller machen, genau, lauter. Da ist er, da ist er. Komm, komm. Ja, ich bin los. Ich bin, ich bin so lös. Also, heute ist es bei mir ganz schrecklich, Mann. Das tut mir so leid. Warte mal, wir können ihn einfach holen. Lass mal auf. Ja, wir holen ihn einfach. So. Jetzt ist mir auch alles egal. Sniper. Nein. Ich hab ihn geholt. Und dann wollte er mich unbedingt snipen. Ich seh's ja jetzt erst. Was haben die mit den Visieren gemacht? Wie so ein Durcheinander-Mittag heute. Mann, Mann, Mann. Was ist denn mit den Leuten los? Stimmt so. Hallo. Ähm. Ups. Oh. Hab ich. Oh, Gottes Willen. Guck mal. Geht doch. Hockt ihr wieder oben drauf? Hab ich. Boah, du Sack. Das war wichtig, Mann. So gut. Oh, da landet er bei seinem Loadout, ja? Den holen wir uns doch. Komm. Oh, oh, oh. Er wird von da angeschossen. Und gemacht. Okay, okay. Nein, nein. Hier ist noch einer. Oh, knappes Ding. Wahrscheinlich war der knapp, oder? Und da hinten geht so die Luzi ab. Ähm. Leute. Was war das schon wieder? X-Aim-Bot 69. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab gar keine Vermutung, was hier passiert gerade. Alles ist möglich. Ich hab echt viel Geld gerade. Hier ist einer. Den haben wir. Wer snipet da? Oh, ich werd angesnipet. Ich muss hier runter. Da vorne. Oh nein. Oh nein. Komm hier rein. Das sind halt schon nicht schlechte Spieler so. Ne. Den muss ich kriegen. Das hätte ich auch nicht verlieren dürfen. Oh nein. Nein. Ich hab diesen Aim-Bot-Typen geholt. Vielleicht hätte er doch keinen gehabt. Okay. Immer noch spannend. Aber wo sind sie jetzt? Warte mal. Da ist halt auch immer noch einer. Nein. Das verstehe ich schon wieder nicht, ne? Das verstehe ich nicht. Wie er das jetzt gewonnen hat. Hab ich nicht sogar... Oh Mann. Tschüssi. Der liegt da. Komm rein. Und dann kommt der Gummihammer Gerd. Und meins gut mit mir. Nein, haut rein. Hau rein. Und dann, ganz toll. sek motorsimat statistically das Luke. Ich sage dir, als ob ich das 거� Ub mich aber sehr kurz vor Und以免 also, der Mars mich MP